Hallo meine Lieben, willkommen zu Minecraft Dungeons, Flames of the Nether. Wir sind immer noch im DLC, nachdem wir die drei Hauptmissionen sozusagen gemacht haben, also Nether einöde, Basalt-Deltas, Wehrwald, geht es heute in den Karmessin-Wald. Karmessin-Rote Schatten Verschlungene Pfade durch dichtes Geäst bringen dich an den Rand einer weiten Schlucht und führen weiter durch uralte Ruinen. Eine seltsame Schönheit wohnt hier den Dingen inne, doch vergiss nie, dass nur ein falscher Schritt dich in dein Verderben stürzen kann. Okay, ich hoffe mal, da sind jetzt nicht wieder Fallen gemeint, das wird dann wieder eine ewig lange Folge. Äh, empfohlene Kraft 39, deine Kraft 39, ich bin gerade nicht ganz begeistert, aber ich mach das einfach mal. Wenn es nichts wird, muss ich halt nochmal machen. Egal. Es wird empfohlen, also weiß ich das. So, weiter. Falls euch die Folge gefällt und ihr mich hier unterstützen wollt, könnt ihr mal eine Bewertung da lassen und eventuell auch kommentieren. Vielleicht noch ein kleines Abo, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und dann seid ihr auch schon durch. Dann könnt ihr euch zurücklehnen und das Video genießen. Ihr könnt das ja auch nachher noch machen. Also, ihr könnt auch erst das Video genießen und euch dann entscheiden. Da sind wir im Kamsinwald. Der sieht ziemlich cool aus. Okay, ich hoffe, der Nebel ist nicht ganz so dicht. Auf meiner Ebene? Ne, sieht nicht so aus. Aber der sieht schon ziemlich cool aus, auf jeden Fall. Los, lass mich spielen. Erkunde den Wald schon wieder. Diesmal rufe ich direkt den Wolf. Habe ich beim letzten Mal vergessen. Eine Truhe gibt es hier. Eine einzige Truhe. Ist übrigens eine Geheimmission, habe ich das eben erwähnt? Ich weiß es nicht. Ich habe es beim letzten Mal gesagt. Deswegen kann es sein, dass ich... Also, im letzten Video. Was ja für mich nur... Ja, ein paar Minuten her ist und für euch zwei Tage, wenn ihr bei mir durchgehend schaut. So, habe ich sonst noch was geändert? Irgendwas wollte ich was. Ich habe eine Rüstung gekauft. Genau. Der Luxushändler hatte mal wieder eine einzigartige Rüstung. Ja, ich will die gerade erstmal seitdecken. Zumindest ausdünnen. Genau, die Schwarzwolfrüstung. Die habe ich mir dann auch nochmal gekauft. Die ist eigentlich ganz cool. Vor allem hat die Todeshandel drauf und Schutz. Schutz, habe ich ganz vergessen. Schutz wäre, wäre ja das absolut, das wäre die beste Verzauberung. Weil die einfach den gesamten Schaden verringert. Einfach, ja, einfach so. Einfach, pump, zack, weniger Schaden. Kann man halt mit, äh, mit jedem Bild nutzen. Kann man, egal was man spielt, kann das eigentlich immer machen. Ja, komm mal her, und. Weg, weg, weg. Weg. Ja, schon mal ein bisschen Vorarbeit, da ist er drüben. Die Pfeile nehme ich noch mit. Ja, noch weg. So. Das ist die Frage, gehe ich das Stück nochmal zurück? Oder nicht? Moment, komm ich da durch? Da komm ich nicht durch. Ist da hinten irgendwas? Ich sehe gerade nichts. Ja. Okay. Oh, du kannst damit spielen. Ich muss hier lang, genau. Dann gehe ich... Hier, so komme ich da hin. Wunderbar. Ich dachte schon, da gibt es plötzlich eine unentdeckte Ecke. Das kann ich ja so nicht stehen lassen. Hey, aufzuschießen. Das klingt ja echt überhandelt, Schwein. Auf geisterhafte Unterstützung. Aufgeräumt. Aufgeräumt. Hinten auch nochmal. So, schön sauber machen. Runter mit dir. Erstmal braten. Äh, falsche Richtung. Hier lang. Achso, Moment. Da müsste ich komplett da hinten nochmal rein. Boah. Eine Truhe könnte da sein. Okay. Will ich jetzt... Also so weit zurück will ich auch nicht. Also ehrlich zu sein. Ich habe zwar gesagt, ich suche gerne alles. Aber wenn ich mich so verlaufen habe... Dann... Äh, muss ich das Ganze nochmal... Oh, Keimrüstung. Was Neues? Ich muss das Ganze nochmal überdenken. Ja, ist gut. Was haben wir denn da? Keimrüstung. Also zum einen sieht die mal ziemlich cool aus. Und zum anderen hat die auch finale Sprüllen drauf. Ja, das ist nicht so toll. Ein Geschossabwehr eventuell. Ja, ein Geschossabwehr ist ganz gut. Heiltrank heilt alle Verbündeten in der Nähe. Setzt beim Abrollen Kreaturen in der Nähe fest und vergiftet sie. Das ist wirklich... Das ist mal eine coole Sache. Es gibt ja auch ein paar Artefakte fürs Rollen und... Ähm... Andere Kombinationen. Also... Wenn man das öfter nutzt... Kann das schon ziemlich cool werden. Ja. Spiel damit. Ich komme mal rüber. Ja. Hauptsache, die schmeißen ihr Zeug da nicht rum. Nein. Boah. Ich dachte, ich lande da doch noch irgendwie drauf. Aber halt... Nö. Nope. Gemeinheit. Gut. Und mit der Keule da reinhauen, wie viele Gegner einfach wegfliegen oder umfallen. Ich meine, der Multicle im letzten Video war... Ist wahrscheinlich nicht zu übertreffen. Zumindest für mich nicht so schnell zu übertreffen. Aber... Das ist schon immer cool. Also... Auch wenn man hier so trifft. Gegner. Da wurden mal wieder alle Artefakte ausgelöst. Sehr schön. Und ich habe dann selbst alles nochmal aktiviert. Inklusive Drank. Aber ist ja egal. Hauptsache, ich überlebe es. Wobei ich glaube, es hat gar keine negativen Auswirkungen, wenn ich hier diese... die Lebens... ähm... die Extra-Leben verliere. Zumindest kann ich mich daran erinnern. Ich weiß nicht, ob man vielleicht EP verliebt. Aber wenn, dann kann es auch nicht viel gewesen sein. Ach, das ist so ein Schwebeschwein schon wieder. Ja, gestern waren das ja das Schwebeskelette. Aber das ist nicht das Schwein. Gestern. Schon wieder. Ich mache es die ganze Zeit. Ich spreche dann immer von meiner Aufnahmezeit. Und für euch ist das halt so... Ja... Ich sollte mir mal irgendwie angewöhnen... zu sagen... Ja, letztes Video. Oder vorletztes Video. Aber da müsste ich auch erstmal nachdenken... Welches Video war das jetzt genau? Ja, Schlüssel. Du hast vollkommen recht, Schlüssel. Na, das finde ich nicht. Ja, das stimmt wiederum. Da war ich kurz ein bisschen ruhig. Musste einen Niesen unterdrücken. Ist der Schlüssel wieder zurück? Der ist wieder zurück. Das war ein dummer Schlüssel. Dummer, dummer Schlüssel. Böser Schlüssel. Böser dummer Schlüssel. Oh, erst mal gehen wir nach unten her. Ja, genau. Und dann erst. Gehe jetzt zuerst... Nach unten, weil ich nach oben weiter soll. Halte die Truhe, was? Sie läuft weg. Kaputtes Sägeplatte. Ähm... Ich glaube, das hatte ich auch noch nicht. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Gibt es hier noch irgendetwas? Nein. Nein. Nun, nein. Nur Schwein. Nur ein Schwein. Flugschwein. Zeig mal her, das Ding. Kaputtes Sägeplatte. Ist ziemlich schwach. Ziemlich schnell. Okay. Gretischer Treffer. Äh... Schwerkraft. Ist beides gut. Für sowas. Fortwährender Angriff. Ja, klar. Okay. Schmerzzyklus. Ein Angriff entzieht dir Leben, um so einen Stapel Schmerzzyklus zu gewähren. Bei fünf Stapeln wird dein Schmerz in deinen nächsten Angriff kanalisiert. Okay. Müsste ich mal. Ich schau mir das mal an. Na, wer will noch ein... noch ein Kettensägenschwert sehen. In Action. Toll. Alter. Ich bin nicht weggekommen. Der hat nicht mehr aufgehört. Okay. Erst war es ziemlich cool. Und dann war es ziemlich schlecht. Der hat einfach nicht mehr aufgehört anzugreifen. Oder sie. Die Stiegelzeit ist sie. Ich wollte da irgendwie ein bisschen rumlaufen und hab's zu spät gemerkt, dass er das... dass sie das nicht macht. Schade. Aufgegangen. Und ich hätte grad mal nachschauen können, ob ich irgendwas verliere dadurch. hab ich jetzt wieder nicht befreundet. Okay. Für das Seelen ist schon mal gut. Das wollte ich mal wieder den Geist beschwören. Den Seelensammler. So. Hier noch ein bisschen heilen. Und? Du auch. Kommt an und hat schon Schaden. Und rennt dann wieder aus der Heilung aus. Meine Suche nach dem Hundetrainer hat immer noch keinen Erfolg. Okay. Wieder einmal außen rum. Da oben kam ich her. Dann hier rüber. Ja. Dann stellt euch alle auf den Haufen Mistel. Mehr. Aber hört auf. Scheiße. Abzugwerfen, ey. Nein. Schon wieder ein Säbel. Schon der dritte Säbel hier. Ich will hier nicht weitermachen. Ich will da hinten hin. Oh Mann. Ich muss. Ich muss. Schweine erschlagen. Ich kann nicht anders. Du. Genau. Da lang. Ne. Hä? Ich hätte gar nicht hier hochgemusst. Warum bin ich hier hochgelaufen? Es sah irgendwie gerade richtig aus. War es nicht. Mach ja nichts. Hat ja diesmal zu glücklich viel Zeit gegessen. Ich schaffe es ja manchmal wirklich in irgendwelche Lagen zu bringen, die verdammt viel Zeit trossen dann. Nein. Nein. Nicht ins Feuer. Ach Mist. Na ja. Oh. Kleines Bart. Ein Darber. Oh. Wirbeln. Das ist auch nicht schlecht. Warum haben die alle plötzlich hier mächtige... Das liegt am Level, ne? Schwerkraft und Explosion. Eigentlich ist es auch egal, weil... Irgendwie... Okay, das behalte ich. Das hat die größte Auswahl. Das behalte ich. Ja, da kommt weg. Und solange es nicht einzigartig ist, werde ich es ja sowieso nicht benutzen. Rollen zumindest. Die einzigartigen haben immer noch eine extra Verzauberung drauf. Und das bringt mir einfach mehr. Und dass ich hier hinten reingerannt bin, hat mir nichts gebracht. Juhu. Da fällt mir ein... Was mir auch noch etwas bringt, ist... Alle paar Schüsse... Alle fünf Schüsse, okay. Ja. Warum nicht? Nämlich. Erstmal das, danach noch diese Riesenpfeile. Beim nächsten Level ab. Und dann habe ich den Bogen schon mal so weit aufgewertet, dass er zumindest die beiden Verzauberungen nutzen kann. Für einmal für euch. Und ich gehe erstmal hier runter. Oh, wie nett. Es grillt sich schon wieder selbst. Mein Hund auch. Aber da erwarte ich schon gar nichts anderes mehr. Der Hund ist ein Idiot. Dafür ist er sehr treu und lieb. Und süß. Aber ein klein bisschen zurückgeblieben. Der Gast auch. Auf der anderen Seite dieser Schluch. Das ist einfach super cool mit der Waffe. Einmal schwingen. Und weg. Ja. Ich gehe da gleich runter. Erstmal hier oben lang. Okay. Und ein paar Pumbas vermöbeln. Was cool ist. Ich verschieße ja pro Schuss drei Pfeile. Das heißt, spätestens beim zweiten Schuss habe ich ja die fünf erreicht. Theoretisch könnte sogar der erste und der sechste Schuss, also bei zwei Angriffen hintereinander, die Explosion auslösen. Das ist dann wirklich gut, wenn es zu Bossen geht, die mehr aushalten. Erstmal Pfeile. Richtig zu. Noch mehr Pumbas. Ja, ganz viele von denen. Eine Pumba-Party. Eine Grill-Party. Ja gut, machst du das. Schieß weiter dagegen. Das bringt dir nichts, das bringt mir nichts, aber das stört mich auch nicht. So, das auch noch aktivieren. Und das noch aktivieren. Haha. Voller Laden einfach mal drüber geschlagen. Oh, da ist ein Geheimnis. Also wenn das als Geheimnis zählt, ist es hier mitten im... ...mitten im Weg. Oh, alles eingesammelt hier. Dann schauen wir uns mal an, was es hier gibt. Mission freigeschaltet. Seelensandtal. Okay. Vielleicht hätte ich zuerst in die Netherfestung gemusst. Äh, rein chronologisch. Aber andererseits ist das ja auch geil. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Die Hunde waren. Rettet dein Herrchen zum Beispiel. Ach, ja. Mein Hund hat sich auch immer hinter mir versteckt. Ich glaube, das habe ich hier in... ...dem... ...Minecraft... ...Story Let's Play auch schon erzählt. Auch wenn da richtige Idioten waren. Irgendwelche Arschwächer, die meinen Hund auch noch beleidigt haben. Äh, hat er sich einfach hinter mir versteckt. Na gut. Andererseits, die haben ihn deswegen beleidigt, aber... Auch komplett zu fliegen. Irgendwelche Großmäuler. Und nur in der Gruppe stark. Die mir alleine begegnet sind beim Gassi-Gehen. Hat keiner von denen sich traut, auch nur auf meiner Straßenseite zu laufen. Oh, hallo. Moment. Stapelt der Stärketrank? Ne, ich glaube, der verlängert nur, ne? Das wäre ja heftig. Dreifach Stärke. Au. Nein, was machst du denn da? Oh, mein Gott. Rot, böse. Rot, kein Wasser. Auch nicht im roten Meer. Das heißt... Doch. Und euch noch. Äh, jetzt muss ich ja wieder hoch- und drüberrollen. Na gut. Aber ein paar Schweine vervögeln ist das wert. Oh, jetzt muss ich links weiter erkunden. Hier hinten noch gar nichts. Okay. 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 Ja, spiel damit. Nicht. Äh, da so hoch kann ich nicht schlagen. Ich rufe jetzt erstmal wieder den Geist. Der soll mal ein bisschen drauf räumen. Okay. Gut, 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 gut. Ich würde nochmal schauen. Da oben ist irgendwo ein Gast, der sein Zeug rumschmeißt. Ich glaube, ich müsste mittlerweile auch genug Gegner, also Großgegner erledigt haben, um vom Luxushändler den dritten Platz freiges Spiel zu haben. Schauen wir mal nachher noch mal nach. Ich schaue ja sowieso noch ein bisschen rein. Ich habe ganz vergessen, dem Schmied noch einen neuen Auftrag zu geben. Weil ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, was ich dem hätte geben sollen. Gast? Da ist er. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, zeig's dem. Was gab das? Kampftes Segeblatt nochmal. Naja, okay. Ich muss sowieso gleich nochmal reinschauen. ins Inventor. Gab's ja noch ein paar Sachen. Also aus dieser Spezial-Truhe da. Aus der ganz tollen Truhe. Was habe ich da denn bekommen? Einmal Totem der Abschirmung, okay. Ah, und den Enter-Säbel. Ist jetzt auch nicht so. Der kann weg. Was habe ich hier? Auf jeden Fall viel mehr als da drauf. Und auch mächtig. Das heißt, das Ding kommt weg. Ich zerlege das halt gern, damit ich bessere Übersicht habe. In dem Ganzen. Ja, da oben lag noch ein Schweinefleisch. Aber wenn ich jetzt nicht extra hinläufe. Ich stecke fest. Nein. Was ist da los? Äh. Aber fast schlecht. Okay. 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 Oh, Mann, oh, 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 oh. Das war... Das war ein ganz schönes Ansturm. Der Gegner. Kapitän, alle her. Der Hund hat einfach mal die Schweine weggemacht. Ja, der macht das... Der macht das auch nur, wenn er gerade Bock hat. Mal rennt er einfach nur im Kreis, wedelt mit dem Schwanz. Und dann plötzlich beißt er zu. Aber wenn er zu beißt, dann richtig. Ich höre schon, wie er was... Da schweine. Noch mehr Schweine. Natürlich. Da schweine. Warum auch nicht? Da. Okay. Da. Da. Das ist für euch. Ist der Trank runtergefallen? Ah, schade. Oh, und was ist der... Wow, 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 wow. Was war das denn? Wo geht's noch? Kurze nachschauen. Gibt's nichts. Weiter geht's. Ab in die hintere Ecke. Äh, hier gibt's auch wieder nichts, wa? Vielleicht kann es hier etwas geben. Sieht wieder so aus, als könnte es. Aber diesmal nicht. Ja, auch nicht. Oh, nicht ins Feuer. Ganz schlecht. So, macht das richtig Spaß. Aber ich glaube, ich muss mir mal wieder eine schnellere Waffe suchen. Ich meine, es ist ganz lustig und so, aber auf Dauer ist dieses schwere Licht für mich. Das geht zu langsam. Eeeh, zwei. Ja, weiter heilen. Heilen, 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 heilen. Voll. Weiter geht's. Juhu. Überlebe den Hinterhalt. Oh, yeah. Okay. 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 Was war das denn? Ja, okay. Nummer eins erledigt. Ah, schade. Das war gerade eine gute Position. So, nehme ich auch noch mit. War es das? Bin ich durch mit dem Wald? Also, ich bin durch, aber bin ich mit dem Wald auch durch? Ich bin durch, komplett. Aber ich schaue nochmal gerade hinter das Portal. Ist hier noch irgendwas? Nö. Und dann geht's raus. Sieg. Sehr schön. Und einen neuen Ort entdeckt. Aber was? Schon wieder für eine riesen Ebene. Ein Öde. So kurz. Basalt-Delta. Riesig. Dann wieder eine kurze. Jetzt wieder eine lange. Zählenheiler. Ich wäre immer dafür, dass sie halt alles wirklich so auf eine halbe Stunde. Ja, 20 Minuten. 20 bis 30 Minuten ist vollkommen in Ordnung. Aber dann immer so ausufern mit irgendwie einer Stunde da durchlaufen. Seelensandtal freigespielt. Da habe ich fast alles. Also, erbeutet Ausrüstung habe ich. Warte, Fakten fehlen noch. Okay. Netherfestung. Und Seelensandtal fehlen dann noch. Ich schaue nochmal, was ich dem Schmied geben kann. An Ausrüstung gab es nichts Besonderes. Wollen wir nicht nochmal reinschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr ja jetzt vielleicht eine Bewertung da lassen. Oder einen Kommentar. Auch Verbesserungsvorschläge gerne. Da nehme ich auch immer gerne an. Ansonsten noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.